Hallo und herzlich willkommen zurück zu We Happy Few und dem Beagle. Ich hab ein bisschen rumgebastelt an den Teilen und auf einmal standen sie gerade und dann konnte ich, äh, da hab ich das angezeigt bekommen mit dem Hebel. Ich nehme dann an, dass das richtig sein muss. Hoffe. Ich. Wisst ihr, was mich immer noch stört? Wie kann man eine so dichte Handlung als Base haben und dann nichts daraus machen? Ähm, so, was hatten wir denn mit Arthur bis jetzt, außer dass der Start eigentlich relativ interessant war? Ähm, und ja, der rote Faden ist, dass er daraus verschwinden müsste, aber ansonsten war alles nur von A nach B gerenne. Und das ist aber nicht mal so gut versteckt. Versteht nicht mich falsch. In aller Regel ist es in allen Spielen immer so ein von A nach B nach C nach D nach E Rennen. Aber mir wird es hier noch nicht mal teilweise plausibel erklärt, warum ich das tue. So, und jetzt haben wir noch zwei komplette andere Kampagnen vor uns. Ich, ähm, ich finde, das ist so richtig verschenktes Potenzial. Eine super interessante Story, die sie da aufgebaut haben. Weil die haben sich bei der Welt was gedacht. We Happy Few. Diese britische Insel, die komplett abgeschirmt ist und auf Droge ist. Und da ja sogar mehr hinter steckt, anscheinend, weil Joy ja nicht mehr richtig funktioniert, die eine permanente Lösung dafür zu bekommen. Und sie haben storytechnisch einfach nichts daraus gemacht. Sie haben es eingebaut und nichts daraus gemacht. Das ist Sad Story Sad, muss ich einfach so lange sagen. Wartet mal, wartet mal. Ich hab ne Idee. Das Fusertal. Also das ist schon richtig, das ist alles schon angeblich so richtig, wie ich es gemacht hab. Warum ist der Sublimator still off-gassing? Für heaven's sake, turn off the heat after you've taken your readings. We don't want to turn the entire Mocerene Christmas into the gas all of us, do we? Does anyone know how hard it is to get a Mocerene Christmas back side? Does anyone care? Okay. Oh, bitte lass es mich mit Arthur jetzt geschafft haben. Das wär so nice. Das klemmt? Okay. Nein. Muss ich da jetzt hochklettern? Ja, ich muss da hochklettern. Gut, von mir aus kletter ich da hoch. Mich kann niemand... What comes to here? Oh, das ist ja hochklettern! Was für knocking down my blocks in Kindergarten? Oh, das ist ja hochklettern! Hey! Ähm... Ah, ja. Äh, Arthur? Hustet, hustet. Und wo muss ich jetzt hin? Oh, ich habe es nicht. Sie wissen, wie lange ich sie mich gefragt haben, um die Hot Flash zu verabschieden? Ich kann gar nicht mehr erinnern. Oh, er... die Power Cell ist verabschiedet. Oh, für heaven's sake. Sie sagten sie hatten einen Moment für eine Part. Look, ohne Hilfe oder sogar eine Manual, Sie verabschieden drei Machines und hat eine Chain Reaktion gemacht. Ja, aber... sorry über das. Ich brauche einen Mann, der kann alles herausfinden. Würdest du einen Job haben? Oh, er... Ich glaube, ich versuchte mich aus der Stadt. Warum? Das ist das beste von allen möglichen Worlds. Nichts wird getan, aber jeder ist glücklich. Sie sind ein bisschen exasperiert, eigentlich. Oh, nicht sagen Sie jemanden, all right? Wie sind Sie durch die Quarantäne-Gates ohne einen Framistat? Ich wollte einen von... hier. Hier? Sie haben mich seit einem langfristig verabschiedet. Ich sage dir was. Ich gebe dir einen. Und wenn du es fertig ist, gib es dem von mir. Das ist sehr nett von dir. Ich werde. Hier, schau dich um. Wenn du etwas anderes kannst, kannst du es nutzen. Geh es. Was ist denn der cool dude? Nee, das brauche ich nicht mehr. Der ist einfach geil, der dude. Warte, wer ist der coole Dude? Er scheint aber seinen Joy auch nicht zu nehmen dann, ne? Aber er hat nur Klebeband und sonstiges hier. So. Ähm. Ja. Au! Jetzt habe ich die Leichen auch noch unter Schutt begraben. Wo muss ich hin? ein Gesundheitsinstitut von Wellington Wells betreten. Oh, ähm. Wie, ich muss nach Wellington Wells zurück. Ähm. Ist nochmal Wellington Wells? Ein Musterbürger. Da hinten? Verstehe ich nicht. Wie ein Musterbürger. Ist der Request? Okay, aber wo muss ich hin? Kostet mich richtig viel. Wellington Wells. Wellington Wells. Wellington Wells. Wellington Wells. Ist Wellington Wells nochmal? Ist das Wellington Wells? Nee. Bist du Wellington Wells? Offensichtlich nicht. Das ist Hugh Wellington Wells. Hier ist noch die Hauptquest angemarkert. Nee. Das ist, das ist, äh. Luden Holmes. Oder wie das. Lud Holmes. Oder wie das heißt. Sag mal. Irgendwo muss die Kack-Quest doch eingezeichnet sein. Ich meine, ich kann erstmal nach Wellington Wells reisen. Das ist jetzt nicht das Thema. Muss ich ja sowieso dann machen. Muss ich ja sowieso dann machen. Aber irgendwo muss die Kack-Quest doch sein. Das ist ja sowieso. Das ist ja sowieso. Das ist ja sowieso. Ich bin ja sowieso. Aber hier. Bin ich hier richtig? Ich bin hier... ...not really richtig. Hä? Was hier scheint zum Seneturm? Ich... ...checkt gar nichts mehr. Es scheint nicht richtig zu sein. Hä? Das erinnert jetzt sehr an Bioshock. Ich habe das Gefühl, dass sie das Parade District auch als allererstes, ähm... ...erstellt haben. Wie gesagt, sonst würde es ja nicht so extrem, ähm... ...Bioshock erinnern? Nicht hier richtig. Ich weiß es einfach nicht. Da ging es ja auch nicht weiter. Ui, das ist gerade nervig. Zugegebenermaßen. Was denn? Bin doch da. Ja, bin dabei. Nein. Oh Gott, dann hack ich das Ganze halt auch gut. Ich habe Palt mittlerweile einfach. Alter, komm. Okay. Okay. Ich habe ja schon immer liebte dich eigentlich. Schlüsselkarte eines Constables. Kann nicht schaden. Meine erste Hilfe, das kann auch nicht schaden. Was bist du denn? Ja. Jetzt kann meine Frau nicht schaden mich, um Quarantäne zu schaden. Die Jalousien eröffnen? Nein. Leute, ich checke gar nichts mehr, wenn ich ehrlich bin. Ist das denn jetzt richtig? Nee. Ähm. Da muss ich hin. Und wo noch? Komm, nerv mich nicht. Wo muss ich hin? Leute, wo muss ich hin? Ah. Ah. Den Knopf unten. Na? Wie geht's euch so, Constables? Alles easy going, ne? Die merken auch gar nichts. Das interessiert ja auch alles irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin... Hm. Verwirrt eigentlich. Im Grunde bin ich verwirrt. gut. Wohin? Wohin jetzt? Achso. Kletter mal da. Kletter doch. Ach so, mach mal kurz bitte deine... Das nervt nämlich ein bisschen. Danke. Okay. Man merkt kaum, dass ich einfach hier raus möchte. Kaum. Ich weiß. Wie der Alarm immer noch an ist. Warum ist das hier eigentlich auch eine Hauptstory? Keiner kann mir erklären, warum. Apple Home. Was ist denn Apple Home? Oh, das should be fun. A building full of fanatics who can smell me. Naked among wolves. Attention all attendees. The keynote dissection and luncheon will be starting in the operating theater in five minutes. Great. How do I get to the elevator? I don't think I want to mingle with this crowd. Was soll ich kaufen? Was kann ich dir denn hier kaufen? Just looking. Dr. Defoe, please report to the quarantine grid room. Dr. Defoe, the quarantine grid room. Thank you. Überlebe ich das? Oh Gott. Das überlebe ich vermutlich. Oh Gott. Ich habe es jetzt gerade erst gesehen. Warum verteidest du dich mit dem Kopf? Oh Gott. Wow, Leute. Man merkt echt, ich habe keinen Bock mehr. Oh Gott, ich sterbe. Jetzt sterbe ich nicht mehr. Was ist denn? Das ist so eine Möglichkeit. Aber ich glaube, ich habe ihn nicht. Ja, sagst du, ne? Was soll ich dir da sagen, Kumpel? Ja. A bobby-nail. Kannst du uns nicht sagen? Nein. Das ist nicht möglich. Du hast ihn, Arthur. Das ist nicht möglich. Kann ich das irgendwo abstellen mit dem Alarm? Ach so, da gehe ich halt hier lang. Oh Gott. Schön. Das hat funktioniert. Zugangskut zur Quarantäne finden. Executioner War Lobby. Ich habe einfach keine Ahnung, ob ich hier richtig bin, Leute. Oh, natürlich. Der Quarantäneflug ist unter Quarantäne. Ich habe so eine Warte, dass Dr. Milton mir ein Keycard geben wird. Vielleicht gibt es einen in seinem Office. Dann zu den Liberatorians und da unten halt hin. Ich kann nicht mittlerweile ziemlich viel Scheiße kaufen. Wow, was? Okay, was ist mit der? Oh, das ist die, ähm... Das ist die, die wir gesehen haben, die Joy nicht mehr vertragen hat. Erinnert ihr euch noch an sie? Wow, das ist sehr bitter. Sie war positiv. Du bist nicht... Ah! Ah! Was haben wir dazu? Die Quarantäneflug ist jetzt unter Quarantäne. Wenn du die Quarantäneflug ist jetzt unter Quarantäne. Wenn du die Quarantäneflug ist jetzt unter Quarantäne. Wenn du die Quarantäneflug ist jetzt unter Quarantäneflug, bitte seht Dr. Milton für eine Keycard. Nein. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich nehm's aber mal. Wie sie einfach keine Chance gegen... Oh Gott. Jetzt übertreiben sie langsam aber auch ein bisschen mit allem, ne? Aber egal. Das hat man. Okay. Ja. Enten lasse ich nie zurück. Der Rest kann drin bleiben. Schimka. Nein. Gefahr für die Kokosnuss. Okay. Ich wüsste nicht wozu ich Bleichmittel brauch, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß auch einfach gar nicht wo ich hin muss. Hm... Oh, oh, oh! Hör auf! Ah, 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 ah! Ah, ah! 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 Ach du Scheiße, ne Leute, ach du Scheiße, ne. Jetzt zum Schluss wollen sie es nochmal wissen, ne? Ist der Letzte? Der Letzte. Keine Ausdauer mehr. Ihr seid einfach nur richtig krank. Alter. Ne. Wow, ähm, ja, ähm. Ne, ich wollte den hier durchsuchen. Ne. Ne. Ach, nicht immer Teilteile. Ja, komm, doch. Ja. Aber wo muss ich hin, Leute? Ich hab einfach keine Ahnung, wo ich hin muss. Wir werden nächstes Mal dann, äh, rausgehen und zu der Quarantin 10 gehen. Zone meinte ich nicht 10, sondern Zone meinte ich. Wir müssen es ja nur bis zum Aufzug wieder schaffen und dann ist, äh, meine ich gut. Hoffe ich. Ich folge einfach den Spuren der Leichen. Das sollte ja wohl hinhauen. Da ist so viele Ziele hier drin. Okay, also ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag und haut rein. Und du bist ja auch hier drin. Vielen Dank.